Euer Casino ist... Ha, ha, ha... Ah! Ah! Ah. Ah! Ah... Ah! 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 Warum muss ich immer alles in solche Kämpfe ausatmen? In die Falle. Macht auch eigene Verbündete fertig. Also in einem Enggang ist die Indie-Fallie tatsächlich tödlich, aber hier liegt. Ein Geschirr war nicht in der Lage, seinen Jackpot-Gewinn abzuholen. Ich habe gerade andere Sorgen. Die ISM-Tante wird von dem Fettkopf vermöbelt. Die ISM-Tante wird von dem Fettkopf vermöbelt. Die ISM-Tante wird von dem Fettkopf vermöbelt. Ein Geschirr war nicht in der Lage, seinen Jackpot-Gewinn abzuholen. Die ISM-Tante wird von dem Fettkopf vermöbelt. Alles voller Geld. Irgendwo gab es hier dann noch Geld. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit der Effizienz eures Dungeons. Ich gerade nicht, weil wir zu wenig Geld haben. Ein Geschöpfer war nicht in der Lage, seinen Jackpot-Gewinn abzuholen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Oh. Komm mal mit! Kannst du nicht einfach weggehen. Ist jetzt doch grad spannend. Ich frage mich, wie wir das ganze Gold immer haben. Ich frage mich, wie wir das ganze Gold immer haben. Ich stelle der Fettkopf an den Portugal. Vielleicht erreicht er eine Werte in Level 7. Das wäre natürlich super. Ich meine, in Level 6 bringt er schon echt viel. In Level 7, eine Eisende Jungfrau. Sie macht alles und jeden fertig. Naja, nicht alles und jeden, aber die sind einfach schon so gut. Und sieht man, der Teufler macht das Zellett fertig, obwohl da vier Level Unterschied sind. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Es ist ja nicht so, dass da nichts liegt, was man essen könnte. So, was passiert hier so? Heilen wir mal, Profi-Zeuber. Auf kurz oder lang werden wir jetzt schaffen. Die Teufler sind echt ein Problem. Da sind schon Level 5 Teufler. Ah, wir kriegen Unterstützung. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dass ein Teufler unglücklich ist, wenn er nichts zu essen hat, das ist echt kein Wunder. Da glaube ich mir die Skelette, die immer glücklich sind. Oh, ich glaube, wir haben ja verloren. Ah, der wird sie wieder. Ich habe das Skelett-Kart verloren, ich habe es doch gehalten. Ah, jetzt greift Grün anscheinend an, während wir hier den beschäftigen. Wir haben anscheinend Krieg geführt gegeneinander. Wir haben anscheinend genug Schaden angerichtet, dass Grün sich ausbreiten konnte in der Zeit. Ist doch gar nicht mehr schlecht. Das heißt, wir haben direkt einen Zugang zu Grün. Was ist da oben? Das ist ein grünes Portal. Das ist ein neutrales Portal. Oh, der hat Geschöpfe. Oh, das ist jetzt ein Problem. Auch nur, wenn jemand da ist. Dieser schöne Stein da zerrollt, nehme ich in versender Geschwindigkeit unsere Truppen. Wenn er nicht gerade kaputt geht, also er rollt nur ein kleines Stück. Aber alles, was da in dem Umkreis ist, wird natürlich zerstört. Wir haben einen wegnerischen Überwissen. Ein Geschöpf verhungert in der Karte. Wenn du so gut gekämpft hast, kommst du direkt zur grüner Farm. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nie genug Geld. Wir erbeuten ein Portal. Oh, hier geht er noch weiter. Hier habe ich nicht mal mehr mit was gerechnet. Wie gut haben wir es denn eigentlich? Oh. Oh, sie ist schon wieder... Ich nehme mir schon wieder über zwei Stunden auf. Er erbeutet einen Trainingsraum. Na ja, da werde ich wahrscheinlich wieder um mitten in der Nacht das Schlafen gehen. Da kommt Grün schon angekrochen. Oh, sie hat das Hühnchen gequält. Komm mal mit. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Euer Raum wird angegriffen. Euer Raum wird angegriffen. Euer Raum wird angegriffen. Na ja, ich habe es verstanden. Euer Raum wird angegriffen. Hey, was ist mit meinem Raum? Der Gegner erobert auf den Raum. Oh, verdammt. Deine Heise in den Knausrauben. Nicht, weil sie keinen Platz zum Schlafen hatten. Ich habe keine Blitzen an. Und wir holen auch gleich mal zum Gegenschlag aus. So, mal sehen wir auf eurem Finten. Oh, ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Hauen wir uns erst mal alle um. Oh, Level 6er. Oh, ein Toter. Wie verziehen die denn erst mit ihren Dungeons? Das sieht ja fast so aus, als ob die echt noch am Anfang sind. Oh nein, eine Auslöserfalle. Gut. Ich darf so. Ich darf so. Es ist Zahntag. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder aufgestockt. Ach, ich geh aber mal weiter, mal sehen, was ich finde. Ein Teufel erarbeitet sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Da ist jemand echt zerworfen. Man könnte fast meinen, die haben Angst, dass sie uns an die Netz kamen. Wie sie sich opfern, die kleinen. Da komm ich echt nicht vorwärts. Ja.